So, heute geht es darum, wie stellt man durch Elektrolyse Wasserstoffwasser her. Also ein Wasser, in dem sich gelöstes Wasserstoffgas befindet. Nun, in jeder offenen Wasserflasche sind in einem bestimmten Verhältnis, das man Henry-Konstante nennt, die Gase der Atmosphäre gelöst. Also hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff, sowie ein bisschen Kohlendioxid in Form von Kohlensäure. Was darin praktisch völlig fehlt, ist Wasserstoff. Und, wenn das Wasser viele Calcium-Mineralien enthält, ist auch etwas mehr Kohlensäure drin, als es eigentlich sein sollte, weil es auch hier ein bestimmtes Verhältnis gibt. Nun, wollen wir in dieses normale Wasser zur Gesundheitsförderung ein bisschen eingreifen, um es mit Wasserstoff anzureichern, den wir durch die Spaltung von H2O-Molekülen, also Wassermolekülen, gewinnen. Das passiert durch Elektrolyse an einer Gleichstrom-Elektrode mit Plus- und Minuspol. Aus zwei H2O-Molekülen entstehen am Minuspol vier H-Atome und am Pluspol zwei O-Atome. Diese Einzelatome vereinigen sich quasi sofort zu Doppelmolekülen. So sind dann letztendlich aus flüssigem Wasser die beiden Gase H2 und O2 geworden, also Wasserstoff und Sauerstoff. Wobei sich aber, dank einer sogenannten PEM-Zellkonstruktion, nur der Wasserstoff im Wasser löst, während der Sauerstoff in die Luft entweicht. Wenn wir die Flasche dann mit einem Deckel verschließen, dann erhöhen wir den Druck durch die ausströmenden Gase und dann taucht immer mehr H2 oberhalb der Wasseroberfläche auf. Nun, denken wir uns mal die Wassermoleküle und die Mineralien weg, damit wir das eigentlich interessante Geschehen im Gasbereich besser fokussieren können. Das neu entstandene H2-Gas wird ja ständig durch die Elektrolyse nachproduziert und drängt dann die im Wasser gelösten Gase Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff aus dem Wasser in die Atmosphäre unter dem Deckel. Aber auch Wasserstoffgas, das sich nicht im Wasser löst, drängt sich in die Atmosphäre über dem Wasser, deren Druck sich durch den ständigen Zuwachs von Wasserstoff immer weiter erhöht. Am Schluss hätten wir ein lupenreines Wasserstoffwasser mit dem ursprünglichen Mineralgehalt, wenn nicht das Henry-Gesetz in beide Richtungen wirken würde. Dadurch drängen die zuvor vertriebenen Gase Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid aus dem Hohlraum unter dem Deckel wieder zurück ins Wasser. Und da wollen wir sie nicht haben, denn das würde dann wieder zu unerwünschten Gasen im Wasser führen und man muss das verhindern, weil sich sonst nicht die maximale Wasserstoffmenge im Wasser lösen lässt. Um dieses Problem zu lösen, wurden einige technische Ideen entwickelt. Die häufigste Idee ist der Einbau eines Überdruckventils in den Deckel. Dieses öffnet sich bei der Überschreitung des eingestellten Drucks und lässt dann die angesammelten, vertriebenen Gase heraus. In dem Deckel-Hohlraum bildet sich dann nach und nach eine reine Wasserstoffatmosphäre, die sich dann durch den steigenden Druck nach dem Henry-Gesetz auch im Wasser als reines Wasserstoffwasser abbildet. Der Druck sorgt also dafür, dass das H2, das sich nicht gleich gelöst hat, dann reingepresst wird und doch nicht verloren ist. Dieses reine Wasserstoffwasser schauen wir uns nun mal näher an. Wir sehen, dass die Wasserstoffblasen nach oben hin tendenziell immer größer werden und dass im oberen Bereich auch mehr Blasen sind als unten, wo sie als ganz kleine Blasen produziert wurden. Das liegt daran, dass sich Wasserstoffblasen beim Hochsteigen vergrößern, sich miteinander vereinigen zu größeren Blasen. Und das reduziert wiederum die Lösbarkeit. Man nennt das Ganze dann Makroblasen. Es dauert ziemlich lang, bis sich aus der Druckblase nach dem Henry-Gesetz ins Wasser zurückgepresst sind. Dagegen lösen sich die ursprünglichen und in Wirklichkeit unsichtbaren Nanoblasen sehr gut im Wasser und bleiben dann auch längere Zeit schwebend im Wasser, ohne hochzusteigen. Letztlich sieht man es nur an Vergleichsmessungen mit H2 Blue-Indikator-Tropfen, welches Gerät tatsächlich die kleinsten, ich sage es nochmal, eigentlich unsichtbaren Blasen entwickelt haben muss. Sehen kann man das nämlich nicht. Denn was man sieht, sind bestenfalls Mikroblasen unterschiedlichen Kalibers. Je kleiner die sind, desto langsamer steigen sie auf, wie Sie an dem folgenden Film sehen können. Hier sehen wir also die Entwicklung von elektrolytischen Wasserstoffboostern mit sogenannten PEM-Zellen über fünf Generationen. Bei einem Zeitaufwand von 20 Minuten konnte man mit den drucklosen Generatoren der ersten Generationen in einer Wassermenge von 0,25 Litern gerade mal 1,3 ppm Wasserstoffe reichen. Man denkt zwar, der macht aber viele Blasen, aber diese Blasen verschwinden, da es kein Deckel da ist in der Luft und sind praktisch umsonst produziert worden. Die Generation 2 mit ebenfalls noch ziemlich rasch aufsteigenden Blasen, die dichtete den Booster dann ab, sodass dann ein Überdruck bis zu 4 bar entstand. Damit erreichte man maximal 2,5 ppm. Deswegen nicht mehr, weil die störenden atmosphärischen Gase eben nicht aus der Druckblase über dem Wasser entfernt wurden. Generation 3 mit etwas feineren Blasen entfernte diese störenden Gase durch ein Druckventil, sodass bis zu 2,7 ppm erreicht wurden. Generation 4 hatte sogenannte Nanoblasen. Ich habe das hier natürlich in Anführungszeichen gesetzt, weil man Nanoblasen, wie gesagt, nicht sehen kann. Hier kommen aber auch gelegentlich sehr große Blasen hoch, ja eigentlich ziemlich oft sogar. Vermutlich ist die Abführung des erzeugten Sauerstoffs, der eigentlich nach unten weggehen sollte, nicht ausreichend gewährleistet. Dadurch fällt die Leistung auf unter 1,6 ppm, was wir so gemessen haben. Jetzt die Generation 5, die macht die kleinsten sichtbaren Blasen, die wie ein Nebel nach oben schweben und nur ganz, ganz wenige sind größer. Störende Gase werden durch ein Abluftdrucksystem entfernt und es werden bis zu 5 ppm erreicht, die auch lange im Wasser stabil bleiben. Hier stehen wir mit der aktuellsten Technologie, nun im Februar 2021, wo jetzt gerade der chinesische Kalender vom Jahr der Metallratte zum Jahr des Metallbüffels wechselt. Vom neuen Jahr erwarten sich die Chinesen sehr viel Innovation und viel weniger Corona. Meine Prognose ist, der Metallbüffel wird sich als Mineralbüffel erweisen.